Nächsten Tag Morgen Willkommen zu einem weiteren Tag Ich hoffe Ich werde gut unterhalten Ich irgendwann schon Heute geht es in die zweite Runde Hardcore Test Fitlock Boah So Ich höre jetzt aber aufzufressen Nicht, dass ich noch so fett werde Wie Onkel Ray So So, ich habe die Location mal gewechselt Wir sind hier an dem Trail, der eher sprunglastig, dropplastig ist Da rappelt es auch, unten dann im Auslauf haben wir schöne Steinfelder Und dann schauen wir mal, wie sich heute eckig so schlägt Zum Beispiel Bio-Cranberry plus Fruchtsaft Ich würde sagen Los geht's So, da ist er dran Die Bio-Sauce Äh, die Bio-Sauce Ich würde sagen, das Maximum am Platz ausgenutzt Viel mehr geht nicht Ich zeige euch erst mal den Trail Okay 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hält wie neins. Sag mal so, wenn es hinten am Sattelrohr anstößt, wo willst du noch hin? Kann gar nicht mehr raus. Ganz schön anstrengend, so ein Test. Ihr kennt es vielleicht, die Freundin ruft gerade an, wenn ich Spaghetti mit Bolognese machen, natürlich, was ist, die Soße fehlt. Aber, hier ist sie, schauen wir mal an, ob wir sie heil nach Hause bringen. Das erste, was nicht gehalten hat, na Schande. Tja, jetzt müsste deine Bräune leider nicht helfen. Obwohl, sie ist wenigstens heil geblieben, die Bolognese. So, bei dem letzten Test, den ich mit Fitlock Boa machen möchte, da hartere ich mit mir selbst, aus, weil normalerweise kommst du eigentlich in die Hölle, wenn du Bier verschüttest. Mit der Spaghetti Bolognese Soße bin ich ein bisschen verunsichert, ob die Bierflasche den drei überlebt. Aber ich riskiere es einfach mal. Und dann werden wir sehen, ob dieses goldene Etwas am Ende dieses Trials mir die Kehle hinunter fließt. - - - Ja, geschafft. ein paar sekunden später so ich denke das soll es gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gebt mir ein like und wenn ihr noch mehr sehen wollt aktiviert einfach die Glocke schönen Tag noch Tschüssi so was für ein Training was für ein Test so den letzten Test weiß ich gar nicht ob ich ihn machen soll denn eigentlich könnte man davon in der Hölle wenn man Bier verschüttet aber schau mal ob diese edle greizter Schlosspilz Schlörre mir noch so viel Sand am Ende des Trials den Hals herunterkehlt das ist jetzt schon wieder die Öl aufschüben schau mal hier 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 ов ich hier 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 ist ein Bienen, schön, geil, ich hoffe, die sehen mich nicht als Bedrohung an, juhu. Ich denke die ganze Zeit, was stimmt hier so? So, wo ist es hingeflogen, bei Kronenbogen. Ja, ich beweis, ich habe alles mitgenommen. Ich habe die Kronenbogen. 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 Ich habe die Kronenbogen.